So, willkommen zurück bei Zelda. Ich bin hier immer noch beim Wildpferde. Guck mal, das sieht aus wie eine Kuh. Das nehme ich mir jetzt. Oder muss man A machen? Muss man A machen? Och, fuck, ey. Fick dich doch. Sieht auch gruselig aus, wie man da so hinterherläuft. Ach, aufsteigen. Okay, man muss da wirklich hinrennen und dann aufsteigen. Würde ich sagen. So, wir probieren es nochmal. Ach, das tritt immer nach hinten aus und dann ist man tot. Ah ja, guck mal, die Personen bewegen sich da nicht mehr, aber das Gras bewegt sich noch. Eneut versuchen. Ich weiß, dass ich da nichts gekauft habe. Oh, geil, hier liegen Äpfel. Ich will ein Pferd haben. Boah, die Augen sind irgendwie ein bisschen gruselig. Na, hier sind überall Wildpferde. Ich brauch immer noch ein Pferd. Die Ziege muss ich also nicht unbedingt töten. Ich hab mir ja jetzt hier... Antike Achse. Kann sich dann so ein Wagen machen irgendwann. Das funktioniert irgendwie nicht. Kann ich mir nicht einfach ein Pferd kaufen? Ja, ich mach das nicht. Ich mein, die scheiß Pferde können mich jetzt mal im Arsch lecken. Ich hol jetzt hier einfach ab. Ich geh immer... Ich muss einmal gucken, wo es nach Kakaliko geht. Eigentlich hier in diese Richtung eher, ne? Ja. So, die snacken wir jetzt gleich, die schmecken. Ich kann mich dahinter mich jetzt einfach mal in Ruhe lassen. Ich wollte schon sagen, es ist schon fast wieder morgens. Es ist einfach 0 Uhr. Ja, Antike Feder interessiert keinen. Kommt abends immer Fledermäuse. Das sollte reichen. Karte. Ja, ich geh jetzt einfach diesen Weg hier weiter. Ich weiß nicht, wo die Zwillingsberge sind. Da bin ich, glaube ich, schon durch. Aber ich versuche mir jetzt hier die Truhe zu schnappen. Was? Mein Wurfschwer zerbricht gleich. Kacke, ich habe keinen anderen mehr. Diese Keule ist doch einfach scheiße. Aber das, ne, das war einfach der Schwere. Die hier gehen ja schneller. Meine Schildtasche ist voll. Ist alles hier immer voll? So, direkt neue. Oh, Dings geholt. Nur noch der Typ hier. Okay, ich brauche was, womit ich schnell kämpfen kann, weil das eher so ein Stil ist. Bock den Herz. Yay. Okay. Diese Axt kann ja ruhig zerbrechen, die ist scheiße. Ja, meine Kack-Schildtasche ist voll. Die benutze ich aber irgendwie gefühlt eh nie. Ey, geil, ich habe Gras geschnitten. Das heißt, ich kann meiner Leidenschaft Rasenmähen nachkommen. Na, hier hoch. Ja, die geht gleich kaputt. Ist eigentlich gut. Die war nämlich scheiße. Ey, hier muss man doch gar nicht hoch. Warum gehe ich hier hoch? So, jetzt erstmal alles einsammeln. Pfeil und Horn. Ach, da ist immer noch so ein Typ. Okay, den auch noch. Kriegen wir schon alles hin. Oh, fuck. So, einmal hier hoch. Und den jetzt sowas von vermöbeln. Ach, schon wieder Gras geschnitten. Ach, das Ding kann ruhig zerbrechen. Das ist mir sowas von egal. Oh nein, jetzt habe ich neue Routen. Ja, das ist mir sowas von der Routen. Irgendwie macht das Spaß, diese Camp-Stuff. Ja, alles ist voll, ich weiß. Ganz ehrlich. So, wegwerfen. Nehme ich mir noch so einen Scheiß hier. Gehe ich hier hoch? Irgendwie benutze ich jetzt immer diese Keulen. Ah, wieder Lopal. Keine Ahnung, was man damit machen soll. Kann man die verkaufen? Ja, das ist Material. Ich möchte das ungern alles verkaufen, bevor ich weiß, wofür man das braucht. Das war mehr Bockhorn und sowas, ne? Genau, eigentlich wollte ich hier lang gehen. Ja, das macht irgendwie Sinn. Wie gesagt, die Pferde können mich mal. Die kriege ich eh nicht. Ich will wieder so einen Wurfsperr, der war geil. Schleimgelee. Aber ich versuch's doch noch mal. Vielleicht sind die hier weniger wild. Okay, der hier ist wieder. Oh, bist du neidisch auf meinen Esel? Von mir aus sind Pferde eben schneller, weil ich mag Esel lieber. Kaufen. Nein. Verkaufen. Waffen kann man leider nicht verkaufen. Das wäre echt ziemlich geil. Okay. Dann verkaufen wir einfach noch diese Flügel. Okay. Ähm, was machen die eigentlich? Ein Ei. Wiedersehen. Also im Moment brauche ich einfach Essen wegen den Herzen. Äh, guck mal. Hab ich grad verkauft, krieg ich schon wieder neu. Super. Langsam mal nach rechts, aber ich wollte einmal speichern. Ja, der hat hier eh... So, und dann jetzt geh ich hier nach rechts. Hier ist wahrscheinlich wieder irgendein Wegweiser. Ich dachte ja, man kann die nicht lesen, aber muss ich einfach vorstellen und A drücken. Ja, Kakariko ist hier lang. Wer da überhaupt heute mal ankommt, frage ich mich. Ja, könnte sein, dass wir es schaffen. Ja. Könnte sein, dass wir es schaffen. Okay, hier leuchten Sachen. Hallo, Gras. Das ballern wir natürlich rein. Schön, dass das so dezent leuchtet. Dann sieht man es irgendwie, aber es ist nicht aufdringlich. Rüstgras. Nein, Franz, was ist das? Ah ja, okay, es leuchtet. Okay. Ach, geil, hier ist noch mehr Zeug. Rüstgras. Heilgras. Ich dachte, es sind mehrere, aber so drei Dinger sind dann wohl eins. Nochmal das, warte, den Rüstling noch nehmen. Okay, das heißt, ich habe langsam wieder genug zu essen. Lauf ich hier die ganze Zeit falsch? Ja. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt nur wieder links halten. Das wird schon irgendwie passen. Okay, das ist kein Gras. Oh mein Gott, was ist das? Ist das eine Eule? Ja. Es ist schon hundert Jahre her, dass mich jemand gesehen hat. Ich bin Moronus. Ich brauche unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte, bitte hört ihr meine Geschichte an. Meine Lieblingsrasseln. Die Monster haben sie versteckt. Oh nein. Ja. Machen wir das doch. Achso, ich muss da jetzt hin, ne? Wo hatte der gesagt? Der hat mir das doch gezeigt. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, hier. Ja, hier ist so ein Durchgang. Wir speichern mal lieber vor... Ach, immer mache ich das falsch. Wir speichern mal kurz, falls ich jetzt sterbe. Dann kriege ich nämlich mehr Leben und muss jetzt nichts essen. Ja, sag ich doch. Game over. Erneut versuchen. Okay. Die Medizin ist wahrscheinlich so, wie die Tränke bei The Witcher. Nein. Die sind hart. Die sind hart. Die sind hart. Dann muss ich jetzt aber mal hier andere Waffen nehmen. Oh, Gott. Oh. 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 Wie habe ich das mit den Bogen noch nicht verstanden, das muss ich jetzt noch mal üben. Ah, okay. Ich habe es verstanden. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Okay, man hat nur einen Hammer. Hau ab. Hau ab. Boah, ey, wie dumm ich... Es nervt mich langsam. So. Es sind nur drei Stück und ich würde die eigentlich nacheinander angreifen. Oh, okay. Hau ab, 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 hau ab. Oh, ich wollte gerade was essen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein! Erneut versuchen. Ja, jetzt benutzt du einfach das Ding. Man kann halt nicht gegen so viel auf einmal kämpfen gefühlt. Dann sollte man... Oh man, ich werde jetzt eh wieder sterben. Da ist jetzt noch einer hier. Okay, jetzt gehen wir nochmal hoch. Da ist noch einer, den sollte ich jetzt schaffen. Ist zwar das ganze Gras draufgegangen... Dann ist das halt so. Oh scheiße, noch zwei. Das ist wiederum scheiße. Oh man, ey. Okay. Jetzt geht's hier hoch. Da ist die Rasseln drin. Jaaaa! Okay. Bob den Hauer, Bob den Horn. Jetzt bringen wir die Rasseln zurück. Mal gucken, was wir als Belohnung kriegen. Bob den Herz. Oh, Rasseln! Bitte! Ja, hier. Kannste haben. Bin so glücklich! Oh, oh! Warum macht's keine Musik? Ja, hier. Ja, hier. Waffentasche vergrößern. Waffentasche vergrößern. Bogentasche und Schildtasche werden natürlich auch gut als... Oh, ich bin nicht so viel. Wie sieht der auch aus wie ein Brokkoli? Wat? Ein Inventarplatz? Willst du mich verarschen? Yeah, um eins. Ja, ich hab eh geist nicht wie viele Samen. Ich hab auch Maxi fest. Oh, nervt das doch. Überspringen. Ja, bla bla bla. Nee, ich will nicht plaudern. Aber ich werde jetzt erstmal... ...das wieder auswählen. Dann hätte ich direkt hier bleiben können. Eine Runde speichern. Und dann... Au! Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.